Ha! Sein Wett ist gemacht, aber er liegt nicht drin. Er muss wohl schon weg sein. Schätze, Bruder Hezekiah hatte wohl Angst, sich die Finger schmutzig zu machen. Morgen! Ich bin etwas früher aufgestanden und hab mir die Freiheit erlaubt, schon mal eure Kuh zu melken. Ja, hat eine Weile gedauert, bis sie in Stimmung kam. Die ist ganz schön starkköpfig. Wir haben gar keine Kuh. Wir haben einen Bullen. Ich putz mir nur die Zähne.